Und on and on, we're a winner, take my hand 2000 Jahre später Hallo, willkommen zu einer Runde Five Night Entry 2 mit der sechsten Nacht Und, äh, jetzt glaube ich der zweite Anlauf Darum, ich hoffe, ich hoffe einfach, das wird besser als der erste Los geht's Warum, 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 warum Mute Call, äh, den will niemand sehen Du bleibst da, bitte Ey, der, der moved auch direkt In so'n Vendor Der mag einfach Tächte, der ist einfach so'n Schacht Okay Loomboy ist einfach, einfach so'n So'n die Art von Sorte Mensch Den Niemand braucht Oh Ob der immer noch weg ist Springtrap Danke Ah Oh My God Nah Ich bin bst Jo, wahrscheinlich. Ich mag das auch so sehr. Alter, warum? Warum? Ey, wenn ich diesen Sound höre, habe ich schon ein PTBS davon. So ein Schacht-Kind. Ja. Toll. Wir müssen ja alle den Lichtverbrauch denken. Alter, kann der mal bitte weggehen? Bitte. Ja, okay. Freddy, ich bin's nur. Der andere Freddy. Dein... Hi, Bruder. Nein! Nein! Ja, kann... Kann das eh mal nicht... ...so ein... ...dreckig sein? Hey, warum muss das Spiel so dreckig sein? Ich will einfach nur den anderen Stern. Nein, ich will ganz sicher nicht 2020 noch machen. Alles full 20, dann krieg ich echt noch PDBS. Von der dummen Scheiße hier. Also... ...ich Albträume einfach heute. ...ich will... ...ich will... ...ich will... ...ich will die... Okay, Forksy kannst du bitte weggehen. Ja. Und nochmal. Oh mein Gott. Einfach später so 2 Stunden Aufnahme. Das einzige, der einzige Teil der Nacht 2 einfach nur komplett schrecklich gemacht hat. Forksy anleuchten. Okay, das reicht. Okay, kannst du bitte weggehen. Alter, das, das, das Geräusch. Ich hasse das. Ich kriege echt noch von dieser scheiße PTBS. Hundertprozentig. Irgendwer wieder. Okay, da ist jemand. Wer ist das? Ganz sicher Forksy. Wie lange muss man da flash, bis der rausgeht? Bitte. Oh mein Gott. Ich kann einfach gleich 10 Gigabyte. Keiner weiß, ich gebe irgendwie so einen Cheatcode. Einfach Nacht drüber springen. Nein. Oh mein Gott. So, erst mal. Aber selber, das reicht nicht mal. Okay, voll. Ich darf halt nicht mal eine Flashlight so häufig benutzen. Ich muss sich erst ab 2 einverlieren. So, Hälfte. Ah, zu spät. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mach hier. Äh, warte, ich. Keine gute Zeit übrig. Okay. Wer ist das? Der geht weg. Der kommt wieder. Wie viele Leute kommen da? Wollt ihr mich verarschen? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott. Ich hab, ich hab, ich hab aus irgendeinem Grund es geschafft. Also, ich, 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 ich weiß ja auch nicht. Ey, auf, 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 auf einmal. Ende. Ey, kack ey. Ey, Leute. Ich. Ich, das war, auf, 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 auf. Und dafür, da, dafür noch 20 Dollar. Boah. ich hätte jetzt nicht gedacht bis noch mal Kasten Games und alles auf 20 stellen wer weiß vielleicht noch mal Glück weiß man nicht Spezialfolge extra dafür alles auf 20 alles auf 20 man weiß ja nicht vielleicht ok ähm ich glaube ich jetzt richtig bin oh mein Gott ich glaube jetzt ja so wird die 7. noch wirklich nicht geschaffen aber das war's äh mit dem Spiel so das war's was смотрите der und es ist es ist die 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 von die